Die Parabel P wird durch zentrische Streckung auf die Parabel P' abgebildet. Berechnen wir die Gleichung der fehlenden Parabel. Wir haben die Parabel P mit y ist gleich 2x² plus 3x minus 1, das Zentrum z mit minus 1,0 und Streckfaktor k mit 2. Wie starten wir? Kurzes Vorwissen aus der zentrischen Streckung. Wenn wir zum Beispiel den Punkt P haben, der zentrisch abgebildet werden soll, dann machen wir das wie folgt. Wir messen die Entfernung von z nach p, also die Strecke zp, multiplizieren diese mit k und tragen die nochmal von z aus ab und bekommen hier dann den p' raus. Also man kann sagen, die Strecke von zp' lässt sich berechnen aus k mal die Länge der Strecke zp. Genau dieses Prinzip brauchen wir jetzt auch, nur dass wir nicht die Länge der Strecken zp' und zp nehmen, sondern über Vektoren gehen. Also der Vektor von z nach p' und der Vektor von z nach p, beziehungsweise die Pfeile von z nach p' und zp. Das ist natürlich die Frage, welche Koordinaten haben p' und p. Die brauchen wir jetzt natürlich extra nochmal. p liegt ja auf der Parabel p. Soll da drauf liegen. Wir nehmen irgendeinen beliebigen Punkt, der auf dieser Parabel p liegt. Also meinetwegen xy, irgendeinen allgemeinen Punkt. Und jetzt steht hier schon drin, y soll sein 2x² plus 3x minus 1. Also die U-Parabel ist gegeben, deswegen können wir jetzt gleich hinschreiben, 2x² plus 3x minus 1 anstatt diesem y. Von dem p' auf der Bildparabel, also auf der abgebildeten Parabel, wissen wir leider noch gar nichts, deswegen nennen wir den x' und y'. So, an der Stelle auch nochmal aufpassen. Wir haben hier zweimal die Variable x mit drin, einmal hier und einmal hier. Ja, also bei p' und so bei p'. Die x-Werte von p und p' sind verschieden, deswegen müssen wir das x auch anders benennen. Ich habe das hier x' benannt. Man kann es vielleicht auch x1 oder xp' nennen. Je nachdem, wichtig ist nur, das muss einen anderen Namen haben. Nicht, dass man das auszusehen nachher irgendwie zusammenzählt. Also das sind verschiedene Werte für x tatsächlich. So, im Prinzip können wir jetzt starten. Ich schreibe nochmal die Abbildungsvorschrift hin. Wir brauchen den Pfeil von z nach p' ist gleich k mal der Pfeil von z nach p. So, Pfeile stellen wir auf, indem wir rechnen Spitze minus Fuß. Die Spitze erkennen wir sofort hier anhand des Pfeils, wo die Spitze zu finden ist. Also starten wir mit p'. Der hat die Koordinate x' und y'. So, Spitze minus Fuß, das heißt Fußpunkt abziehen. Der Fußpunkt ist der Punkt z mit minus 1,0. Also schreiben wir das gleich dahin. Ist gleich k mal, also 2 mal. Und jetzt wieder das gleiche Spitze minus Fuß. Der Spitzpunkt ist die Sionale der Punkt p mit x und 2x² plus 3x minus 1. Und auch hier wieder den Fußpunkt abziehen. Also minus 1 und minus 0. Minus minus 1. So, durch diese Darstellung erhalten wir jetzt im Prinzip eine obere Zeile und eine untere Zeile. Wenn ich die hier so aufteile, nehme ich mal so einen Trennstrich rein. Und genau das ist im Prinzip das weitere Vorgehen. Nämlich, wir kriegen dadurch zwei Gleichungen raus. Also wir machen aus der oberen Zeile eine Gleichung 1. Und die heißt x' minus minus 1 ist plus 1. So, dieser Faktor k hier vor diesem Pfeil, der geht jetzt sowohl auf die obere als auch auf die untere Zeile. Eben im Unterschied zur Bruchrechnung, wo er nur auf die obere Zeile geht, also auf den Zähler, geht er jetzt im Prinzip auf beide drauf. Also 2 mal x und hier haben wir nochmal ein plus 1 stehen. So, das gleiche würden wir auch mit Gleichung 2 machen, also mit der unteren Zeile. Ich mache jetzt noch einen Zwischenschritt, nämlich diese Gleichung 1 soll jetzt nach einer Variable aufgelöst werden. Wir haben zwei Verfügung, nämlich x' und x. Die Frage ist, nach welcher lösen wir auf? Kann man im Prinzip ganz einfach beantworten. Nämlich, wir müssen nach der Variable auflösen, die in der oberen sowie in der unteren Zeile zu finden ist. Also hier oben haben wir x' stehen. Finden wir in der unteren Zeile nirgends, deswegen können wir nach der nicht auflösen. Auch das y' ist nur in der unteren Zeile, aber nicht in der oberen, deswegen bringt es uns gar nichts. Aber wenn wir jetzt rechts schauen, hier haben wir ein x drin, hier und hier, also sowohl oben als auch unten. Das bedeutet, wir müssen die erste Zeile nach dieser Variable auflösen. Also nach x auflösen. So, fangen wir damit an. Zuerst muss die Klammer weg. 2 mal x sind 2x und 2 mal 1 sind plus 2. Dann muss diese plus 2 hinten dran weg mit minus 2. Haben wir x' und plus 1 minus 2 sind minus 1 ist gleich 2x. Und dann noch geteilt durch 2, also durch den Faktor für x teilen. Das kann man jetzt entweder als Bruch schreiben oder wer Kommazahlen lieber mag. sind 0,5x' und minus 1 geteilt durch 2 sind minus 0,5 ist gleich x. So, dann brauchen wir jetzt unsere Gleichung 2, das heißt, die untere Zeile mit y' minus 0 können wir weglassen, ist gleich 2 mal, und jetzt kommt der große Term, 2x² plus 3x. Und jetzt minus 1 minus 0 ist minus 1. An der Stelle würde ich jetzt empfehlen, auch nochmal aufzulösen, soweit wie möglich, also vereinfachen, soweit wie möglich. 2 mal 2x sind 4x², also 2 mal 2x² sind 4x², 2 mal 3x sind plus 6x und 2 mal minus 1 sind minus 2. So, jetzt muss das, was wir hier für x berechnet haben, also der Linksterm davon, x ist gleich bla bla bla, dieser Term muss jetzt für jedes x in der Gleichung 2 eingesetzt werden. Also für dieses x und für dieses x. Wir beginnen, y' ist gleich 4 mal und der Rest bleibt natürlich stehen. Dieses x wird jetzt ersetzt durch das, was wir oben haben, nämlich 0,5x' minus 0,5, Klammer zu, hoch 2. Dann geht es weiter mit plus 6 mal, dieses x wird jetzt auch wieder ersetzt mit 0,5x' minus 0,5 und hinten dran noch eine minus 2. So, jetzt heißt es nur noch vereinfachen. Nur noch ist gut, nämlich wir haben jetzt hier eine binomische Formel drin und hier hinten noch Summentermel multiplizieren. Also der Reihe nach. 4 mal bleibt erstmal stehen, weil dieses Quadrat stärker ist, also binomische Formel ansetzen. 0,5x' hoch 2, also erster zum Quadrat sind 0,25x'². Jetzt zweimal erst einmal zweiter, 0,5 mal 0,5 sind 0,25 und jetzt nochmal mal 2 sind minus 0,5x' Strich und jetzt noch minus 0,5x' und jetzt noch mal 0,5x' sind 3x' und 6 mal minus 0,5 sind minus 3. Und hinten dran kommt noch die minus 2. So, nächster Schritt. Hier die Klammer auflösen. Der Faktor 4 geht sowohl auf die 0,25x² minus 0,5x' und auf die 0,25. Also fangen wir an. 4 mal 0,25 sind 1, also bleibt mir ein x' zum Quadrat übrig. 4 mal minus 0,5x' sind minus 2x' und 4 mal 0,25 sind plus 1. So, dann haben wir hinten dran noch ein plus 3x' minus 3 minus 2 sind minus 5. Jetzt noch zusammenfassen. Das x'² kann man nicht zusammenfassen, aber hier minus 2x' plus 3x' sind plus x' und 1 minus 5 sind minus 4. So, und dann wäre eigentlich das die gesuchte Parabelgleichung.